Es sind zwei Blüten gleichzeitig aufgegangen. Cool. Red ones. Wow, Mama. Die darf ich nicht so bewegen, dann gehen sie kaputt. Oh. Was? Ich bin nicht schön, nicht bei mir. Aber deine kann ich bewegen, deine hat keine Blüte. Nein, ich doch. Die müssen zur Seite schieben. Zwei gleichzeitig aufgegangen, das sind Zwillingsblüten. Zwei Stück mit einer Fliegenklappe. Und da sind noch viele andere Knospen. Das wünsche ich allen schönen Donnerstag. Und es regnet, Gott segnet, Leute. Ich bin nicht so am Volke helicopter. Da bringt die Sch Golden.